Zeit für einen Besuch von Hildegard von Bingen, unserer spirituellen Heilerin, die im 11. und 12. Jahrhundert am Rhein in Bingen gelebt hat, eine Kirchenfrau war und viele Informationen direkt aus dem Licht bekommen hat, die sie für die Menschen aufgeschrieben und aufbewahrt hat und die erst im letzten Jahrhundert, Mitte des letzten Jahrhunderts, aufgefunden wurden, übersetzt wurden aus lateinischer Sprache in die deutsche Sprache und veröffentlicht wurden. Und sie hat Durchgaben bekommen, Informationen zu Ernährungsfragen, zu Nahrungsmitteln, von denen ja viele Heilmittel sind, was die wenigsten wissen, zu Kräutern, Kräuterzusammensetzungen, Mischungen. Sie hat auch vieles veröffentlicht zum Thema Edelstein-Therapien, sie hat Musik komponiert, sie hat gemalt. Also eine universelle Genie, ein Genie, das ist, glaube ich, gibt es kein Femininum und Maskulinum, ein Genie ist ein Genie und das war sie. Und wir arbeiten ja schon seit einiger Zeit das Buch durch, die Psychotherapie der Hildegard von Bingen, Heilen mit der Kraft der Seele, worin sie klar macht, wie eng unser Körper und unsere Gesundheit zusammenhängt und abhängt von der Art und Weise, wie wir denken, fühlen, sprechen, tun und leben. Das heißt, wir, unsere Gedanken schlagen sich nieder in unserer Gesundheit, beziehungsweise wenn es keine aufbauenden und richtig guten Ideen und Gedanken sind, die zu uns gehören, dann kann es auch mal nicht sehr erfreuliche Folgen für den Körper geben. Nämlich mit anderen Worten, man kann durch falsches Denken und falsches Handeln krank werden. Und sie hat also 35 Untugenden aufgeschrieben, um uns zu sagen, was es bedeutet, wenn wir diesen Untugenden anheimgefallen sind und vor allem, was das für den Körper heißen kann. Welche Zipperlein, welche Krankheiten dann unserer Harren könnten. Und wir haben uns heute etwas rausgesucht, beziehungsweise habe ich das gemacht. Und zwar ist es die Untugend Unbeständigkeit. Und Unbeständigkeit, wir haben ja schon oft hier an dieser Stelle auch darüber gesprochen, was nützen die besten Entschlüsse, ich muss besser werden, ich muss an mir arbeiten, wenn ich es nur zwei, drei Tage mache und danach wieder zurückfalle. Gar nichts nützt es dann. Das heißt, Beständigkeit ist eine der wichtigsten Charaktereigenschaften, um im Leben etwas zu erreichen. Immer dranbleiben, beständig dranbleiben, fleißig sein, aktiv sein. Was steht der Unbeständigkeit gegenüber? Genau, die Beständigkeit. Und zur Beständigkeit gehören noch einige Tugenden mehr, nämlich die Zielstrebigkeit, die Charakterstärke, die Kontinuität, Entschlossenheit, Durchhaltevermögen und Zuverlässigkeit. Hingegen zur Unbeständigkeit gesellen sich noch einige halunkische Eigenschaften mehr. Die da sind Ziellosigkeit, Charakterschwäche, Sprunghaftigkeit, Unentschlossenheit, Wankelmut und Unzuverlässigkeit. Die gehört auch zur Unbeständigkeit. Wie Katsch-Trelow hat dieses Buch geschrieben, ganz im Sinne Hildegards. Und mit ihren Aufzeichnungen stellt er die Kapitel hier zusammen und fragt, was ist Beständigkeit? Die nächsten fünf Kräfte befinden sich im Zentrum unserer Seele. Hier werden die Energien freigesetzt, die unsere Gesundheit erhalten und wiederherstellen, wenn wir krank geworden sind und unser Immunsystem stärken. Auf diese Kräfte können wir uns verlassen, wenn alles ins Wanken gerät. Sie lassen Wurzeln wachsen, wenn wir wurzellos geworden sind. Sie vertreiben unsere Sorgen um das tägliche Brot. Wir können einen neuen Anfang machen, wenn wir uns verrannt haben. Sie befreien uns von unseren Süchten und den Zwängen der materiellen Welt und transformieren das Chaos in Harmonie. Ja, ist ja auch ein Prozess, in dem wir gerade stecken. Wir transformieren gerade das Chaos in Harmonie. Das ist übrigens ein sehr schöner Satz, der gut zu unserem täglichen Abendgebet passt. Wir transformieren das Chaos in Harmonie. Das muss ich mir unbedingt merken. Ja, hier heißt es weiter. Jeder, der sich mit diesen göttlichen Kräften seiner Seele verbindet, kann sein Leben kraftvoll verändern. Plötzlich ist die Sexualität nicht mehr nur ein rein körperlicher, sondern ein spiritueller Liebesakt. Die Vereinigung von Mann und Frau zu einer Ganzheit geworden. Die Liebe ist erfüllt und stabil durch das Vertrauen auf eine kompromisslose Treue in der sexuellen Beziehung, die ja auch auf Beständigkeit beruht. Wir vertrauen dem Leben, weil der Mikrokosmos in uns und der Makrokosmos um uns herum durch die ewig geltenden Naturgesetze auf ein solides, standfestes Fundament gegründet sind. Wörtlich heißt es, streck doch deine Hände und versuch, die Wolken zu berühren. Du kannst es nicht? Der Mensch soll auch nicht erforschen, was er nicht wissen kann, nämlich die Geheimnisse der Schöpfung. Das Gras kann nicht die Wiese begreifen, denn es hat nicht Sinn und Verstand. Mücke und Ameise können nicht über den Löwen herrschen und haben nicht die Kraft, die großen Tiere zu beeinflussen. Himmel und Erde und die ganzen Naturgesetze laufen ordnungsgemäß ab, ohne Zutun des Menschen. Es ist nicht deine Aufgabe, die Naturgesetze zu verändern. Gott allein erhält die Ordnung in der Schöpfung mit einer Kraft, die alles im Inneren zusammenhält und ordnet. So Hildegard von Bingen. Es ist immer wieder erstaunlich, wie rasch und problemlos die Menschen von allein wieder gesund werden, wenn man sie von giftigen Medikamenten befreit und die Hindernisse aus dem Weg räumt, die die Heilung blockieren. Das Wunder der Medizin besteht darin, dass sich die Leute wohler und gesünder fühlen, wenn sie nicht mehr mit drei Bluthochdrucksenkmitteln, Lipidsenkmitteln, Beta-Blockern, Kortisonen, Migränetabletten herumlaufen, sondern ihre Gesundheit durch eine gesunde Ernährung und einen vernünftigen Lebensstil wiederherstellen. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie das Bild der Unbeständigkeit aussieht und die destruktiven Worte dazu klingen. Der instabile Mensch steht mitten auf einem wackeligen Rad, mit dem er durchs Leben jagt. Ein Irrtum löst den anderen ab und der höhere Sinn des Lebens geht vollständig verloren. Das schleudernde Rad charakterisiert seinen unsicheren Zustand. Und so wird der wurzellose Mensch von der Mode wie vom Wind umhergetrieben. Die Unbeständigkeit trägt gefärbtes, krauses, schwarzes Modehaar, weil die Mitläufer glauben, auf dem neuesten Stand der Dinge zu sein und die neuesten Informationen und Tricks zu kennen, obwohl sie im Grunde genommen gar nichts wissen. Die Unbeständigkeit hat Hände wie Affenpfoten, weil das Tun ihrer Mitläufer eher Torheit als Klugheit ist, obwohl sie so tun, als ob sie die Weisheit mit dem Löffel gefressen hätten. Dennoch schwanken sie von einer Torheit zur anderen. Ihre Kleider, so hat Hildegard das aufgeschrieben, sind schwarz-weiß gestreift, weil sie ständig in öffentliche Skandale verwickelt sind und dabei noch so tun, als ob sie Saubermänner wären. So dekoriert und als Wohltäter getarnt betrügen sie die Menschen. Sie lügen und schummeln sich durchs Leben. Zwischendurch versucht die Unbeständigkeit vergeblich, andere für sich zu gewinnen. Aber die charakterfesten Menschen lassen sich nicht fangen, weil sie die Nichtstuerei verabscheuen. Und Hildegard spricht, Ich sah die Unbeständigkeit in der Finsternis wie ein Rad eines Ackerwagens liegen, das vom Winde hin und her bewegt wurde. An seinen Speichen waren vier Knüppel, die auf die Unbeständigkeit einprügelten. Zwischen den Knüppeln stand ein Mensch auf den Speichen und hielt mit jeder Hand einen dieser Knüppel fest, wobei die beiden anderen Knüppel hinter seinem Rücken zu liegen kamen. Alles drehte sich wie im Kreis herum. Der Mensch hatte krauses, schwarzes Haar, Hände wie die Vorderpfoten eines Affen und Füße wie ein Falke. Seine Kleider waren mit weißen und schwarzen Streifen durchzogen. Ab und zu warf er ein Netz aus, um vergeblich Tiere zu fangen. Die Unbeständigkeit spricht, Ich bekenne mich zu meiner Unzuverlässigkeit. Weil ich das weiß, tue ich alles nach meiner Flatterhaftigkeit. Ich wäre ja dumm, es nicht zu tun. Ich bewundere, wie andere die Klugen zum Narren halten, Reiche ausplündern und ehrliche Leute betrügen. Soweit ich nur kann, setze ich meinen Willen durch, sonst wäre ich ja ganz schön blöd. Wenn du es zu Wohlstand bringen willst, verfolge nur deine eigenen Ziele ohne Rücksicht auf Verluste, bevor dich dein Glück im Stich lässt. So ist der Irrlauf unbeständiger Menschen, die lebenslang von einem Extrem zum anderen schwanken und schließlich im Chaos versinken. Lebenstüchtigkeit und Stabilität verleihen den Menschen die Kraft, ihr Leben kraftvoll zu gestalten. Und da heißt es wörtlich von Hildegard, Kehre um, du befindest dich auf dem Holzweg. Sieh die Leiter, die dir Gott schenkt, damit du den Himmel bestürmst. Gott schenkt den Menschen das zweiseitige Schwert, das Gute zu tun, aber auch Minderwertiges abzutrennen. Bearbeite den instabilen Menschen so lange mit dem Knüppel des schlechten Gewissens, bis er sich wieder auf dem richtigen Wege befindet. Ja, wie sehen jetzt organische Auswirkungen der Unbeständigkeit aus? Also wenn der Mensch einer dieser flatterhaften, charakterschwachen, unbeständigen Menschen ist, wie steht es dann um seine Gesundheit? Unbeständigkeit und Charakterschwäche können zur Erkrankung des autonomen Nervensystems in der Region des Kreuzbeins führen, ganz speziell am zweiten Wirbel, S2. Die hier austretenden Nerven gehören zum Iliosaktkralgelenk und bewegen die Muskeln des Beckens, des Oberschenkels, der Knie, des Unterschenkels und der Füße. Die hier austretenden Ischiasnerven kontrollieren die Funktion des Enddarms, des Urogenitalsystems, die Nierenfunktion, sowie die Funktion der Geschlechtsorgane, Uterus, Eierstöcke, Prostata und Hoden. Bei Reizungen oder Entzündungen des Ischiasnerv ist die Beweglichkeit der Hüften eingeschränkt. Die starken Schmerzen strahlen bis in die Oberschenkel, Knie und Füße aus. Gesundheit in dieser Region ist Voraussetzung für Standfestigkeit und Stabilität im Leben. Menschen in der Unbeständigkeit leben in einem Zustand geistiger und seelischer Unsicherheit. Das Bombardement der Medien trägt dazu bei, dass sie ständig ihre Meinung ändern. Das Gehirn schaltet ab und reagiert mit dem ADD, Attention Deficit Disorder, eine Art des Abschaltens. Erneut sieht Hildegard eine große Zahl von dämonischen Kräften, die mit aller Macht versuchen, die Menschen unter ihre Kontrolle zu bringen. Sie glauben, mit ihren Methoden alles erforschen und herausfinden zu können, wie die Menschen denken, damit sie besser manipulieren können. Diese Mächte ermuntern die Menschen zur Unbeständigkeit und treiben sie in die Verwirrung. Ein instabiler Lebensstil kann das Immunsystem schwächen und schwere Infektionen, Viruserkrankungen und Seuchen auslösen. Alle diese Zustände führen zu chronischen, das heißt unheilbaren Zivilisationskrankheiten, an denen das heutige Krankensystem mächtig verdienen kann. Wörtlich schildert Hildegard wieder im Jenseits das Bild derjenigen, die unbeständig waren in ihrem Leben und hier auf dieser Ebene zusammenkommen müssen. Und die sieht so aus. Und ich sah ein gewaltiges Feuer, in dem sich verschiedene Würmer mit unterschiedlichen Formen tummelten. Hier wurden die Seelen derjenigen gereinigt, die sich in ihrem Leben mit Wort und Tat der Unbeständigkeit ausgeliefert haben. Sie mussten in diesem Feuer brennen, weil sie durch ihre Betrügereien viele Menschen arglistig geschädigt hatten. Wegen ihrer großen Hinterlist wurden sie heimtückisch von Würmern, das heißt Viren und Parasiten, gequält. Ja, wie sieht die Beständigkeit jetzt in Aktion aus? Dazu heißt es. Der kosmische Mensch im Hildegards Visionsbild hat einen festen Stand. Mit beiden Händen und Füßen ist er in allen vier Himmelsrichtungen verankert. Körper und Seele sind mit dem Universum zu einer Einheit verschmolzen. Diese Verschmelzung verleiht auch uns gewaltige spirituelle Transformationskräfte. Von nun an sind wir in der Lage, Grenzen zu überschreiten. Nichts kann uns mehr vom Ganzen trennen. Auf diese Weise sind wir sterblich, aber dennoch mit der Ewigkeit verbunden. Die Kunst, Gegensätze zu überbrücken, ist die Grundlage der Transformation. Auf diese Weise können wir auch nach unserer göttlichen Natur handeln und leben. Hass in Liebe, Verzweiflung in Vertrauen, Ungerechtigkeit in Gerechtigkeit und Unbeständigkeit in Beständigkeit umwandeln. Jeder Mensch besitzt von Natur aus diese Möglichkeiten, ob er sich nun dessen bewusst ist oder nicht. Zur Realisation hat uns Gott die sieben Gaben seines Geistes gegeben. Charakterstärke, Güte, Weisheit, Verstand, Wissen, guten Rat und Respekt. Aus der Aktivität dieser sieben Gaben entsteht eine neue, höhere Intelligenz. Mit diesen Gaben haben wir alle Möglichkeiten, unser Leben liebevoll, sinnvoll und glücklich zu gestalten. Hildegard sagt, du hast die größte Kraft geschenkt bekommen, nämlich deinen Verstand, die Erkenntnis darüber, Gutes zu tun und Böses zu lassen. Mit diesem Verstand sollst du erkennen, dass du ein verantwortungsvoller Mensch bist. Das Gute zu tun fällt dir schwer, das Böse regt sich aber in dir von allein. Nutze deinen Verstand, um für dich und für andere Gutes und Nützliches zu tun. Dann kommt hier noch ein kleiner Hinweis. Beginnen Sie jeden Morgen mit Ihrem eigenen Ritual. Suchen Sie sich dazu einen ruhigen Platz, möglichst in der freien Natur. Stehen Sie mit beiden Füßen fest auf dem Boden und nehmen Sie Kontakt mit der Erde auf, verwurzelt wie ein starker Baum in der Erde. Nehmen Sie nun Kontakt zum Universum auf, indem Sie sich wie ein Kirchturm zum Himmel strecken. Drehen Sie sich wie der kosmische Christus voller Ruhe in alle vier Himmelsrichtungen und sprechen Sie zu Gott wie mit einem Freund. Schließen Sie Ihr Ritual mit dem Gold-Topaz-Gebet, das lese ich euch gleich hier vor, und spüren Sie, wie sich die schützende Hand Gottes über Sie legt. Von nun an stehen Sie den ganzen Tag lang unter seiner persönlichen Obhut. Ja, und hier sagt sie zu dem Edelstein Gold-Topaz. Er bringt Sicherheit, Schutz, Selbstvertrauen gegen Angst, Unheil und Unglück. Legen Sie morgens einen Gold-Topaz auf Ihr Herz und sprechen Sie dazu das Gold-Topaz-Gebet. So finden Sie Eingang ins goldene Zelt, ein Symbol für Gottes schützende Hand. Und an diesem Tag wird Ihnen nichts Unheilbringendes zustoßen. Und so geht dieses Gold-Topaz-Gebet. Gott, der Du in allem und von allem verherrlicht wirst, In Deiner großen Ehre verwirrf mich nicht, sondern in Deiner großen Güte kräftige, stütze und erhalte mich. In Deiner großen Güte kräftige, stütze und erhalte mich. Untertitelung des ZDF, 2020